herzlich willkommen meine damen und herren es ist mir wieder erholt ein wunderbares vergnügen euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen folge seven days und damit hundsturz zackt oder minias wie ihn seine gefolgsleute nennen und mit der weise natürlich ganz klar jetzt unterbrech mich bitte nicht es ist sehr wichtig dass ich das jetzt hier so sage serendipity hallo das zarte stimmchen jetzt habt ihr bei mir ja nicht sehen dass wir oben schon ein richtiges haus in der stadt aber bei mir könnt ihr sehen da steht der bunker ich komme ja auch erst mal munition denn ich habe munition die kraft der bunker seht ihn hier reicht es genau wir haben hier unseren buch ich zeig es mal von innen wir haben hier jetzt den abgang darunter in das dunkle verließ und sind dabei darauf ein dach zu setzen und werden in dieser folge auf jeden fall noch mal die türen hier einsetzen und die gitter wie nennen sie iron bars nennt man sie geht da geht da ist das laut das gießen von dem beton so cement mix hatte gemacht wo ist er hin ja ich habe jetzt schon der cement mix nein ich wollte nur nein kann man bitte jemand ganz dringend drücken wo denn wo denn wo an der ist schon gut fort ich hab's forthalten oh gott jetzt bin ich gerade kurz panisch geworden dachte mein fort ein weg unser kleiner hübscher bunker wir müssen ja noch anmalen können weil sieht ein bisschen trist aus ja ein bisschen ddr-like jungen frau ich kann das was ich denke das war ein jahr minias ganz eindeutiges jahr ja 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 so wie wir schauen machen ich glaube eher das licht daran was ich so kraft also diese lila nach ist wirklich das ultimative wenn die verdient dich dich kinder haltet euch die ohren zu das hat er nicht gesagt doch das musste ich mal das musste mal einer muss das mal so sagen so ganz fies ins gesicht war das gerade wieso habe ich denn jetzt grab iron in der tasche da brauchst du jetzt gar nicht so still sein werde ich ruhig ich habe eine kugel mit deinem namen hier drauf wo bist du da bist du doch da kommst du im keller nein nein also nein nia ist jetzt hier nimmer wir gehen jetzt in die stadt oder wer geht jetzt mit mir in die stadt ich gehe jetzt in die stadt wer geht jetzt mit mir in die stadt ja ich komme mit gut man kann man auch noch eine könnte ja hier noch eine kiste hin machen ich mache storage building zwei was soll's eigentlich ist es ja doof dass wir direkt hier an der treppe runter kommen das wäre schon schöner gewesen wenn das noch eins zurück wäre aber naja gut wo hättet ihr denn jetzt gerne kiste hin hier gar keine naja fürs bauen drumherum könnten wir doch hier in der nähe oder ich achten wir hier setzen so bitte das stimmt fällt man zumindest nicht runter irgendeinen vorteil muss ja so jetzt mache ich hier zement drin zement mold iron ingots gravel ja genau schlag da einfach hey bist du nicht jetzt hallo da ist Zeug drin ja ey ey echt jetzt das Zeug drin ist leer nein du bist gleich leer die ist leer die Kiste die ist so was von voll die ist komplett leer die Kiste lass sie doch da stehen das ist doch nicht schlimm hey warum hast du sie denn nicht in den Boot gesetzt beruhig dich wohin er flippt aus und ich soll mich beruhigen in den Boden in den Boden die Idee ist natürlich nicht schlecht da biegt nicht gekommen aber ihr seid auch nicht drauf gekommen und im nachhinein darauf zu kommen ist auch unfair Minja ist jetzt halt doch mal still hier ich packe jetzt erstmal meine restlichen Steine drück mal eh Minja hier rein mach mal ne Kur alter alter geil und Munition oh ne orange Pistole hast du gemacht ne die hab ich hier gefunden irgendwo was ist denn jetzt mit ne Decke möchtest du ihn kannst du sagen aber gehts nicht ich mach mal hier ne Decke also soweit es geht oh gehen wir aufs Dach rauf ne gehen wir nicht sind wir dann von außen ich verstehs nicht da hat mir irgendwie hat er mir aus Eisen hat er mir eben Scrap Iron gemacht warum auch immer ich hab jetzt Schiss hier das Ding zuzubauen damit weswegen meine weil du denkst dass wir noch irgendwie raus müssten weil ich denke dass es einstürzen könnte ne ne weil das vorhin bei dieser Wand mit dir passiert ist sollten wir vielleicht dann lass mich die Ecken aufwärten mit dem restlichen ne ich hab oh noch das ist doch ne Holzdecke die würde auch nicht so weit halten glück ich ne ja aber die Zombie greift noch von unten an ja also ein Spider den möchtest du hier nicht drin haben mach mal Muster ist aber so asymmetrisch so guck mal nein 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 hör auf hör auf hör auf setz mal die Zwischenstücke hier rein komm mach mal hier das hier zu zumindest so eine Seite genau ok das könnte man machen wieso kann ich es nicht kein Holz mehr nö ach ich muss jetzt mal Entschuldigung ja ich muss natürlich erst mal ne achso willst du Muster drin haben ok ne nicht im Muster ich will nur wenn es einschützt schützt alles ein ne ja ich hab jetzt nur noch ein Frame hier zack aufwerten ok und meinen letzten Beton laus ab in die Stadt 16 oder 17 äh 17 ja dann lass uns mal schnell ein paar Zombies hütten na genau komm zwischendurch ein Pilz drin ich hab übrigens nichts zu essen nur einen nein egal wir finden was unter Wasser trinke ich Wasser ja oh man sieht ja doppelt wenn man hier aus dem Wasser rauskommt ja 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 was eineinhalb Stunden haben wir noch um dann wieder nach Hause zu kommen na das ist aber ein Spaß ja mit Knaller das hat aber fies geklungen so die das Haus brauchst du nicht das kenn ich schon ok das rechts auch das dahinter ok dann ist das dahinter nehmen wir das direkt kommen wir rein die ist offen waren wir hier nicht schon drin? äh ich war persönlich noch nicht drin jetzt haben wir hier ist leicht drin gewesen im Pühlschrank ok kann ich nicht irgendwie Licht machen? kann leider nicht schnell sein so dunkel ist es jetzt auch nicht ich seh aber nicht viel also da bin ich minias naja ich treff doch nix wollte grad fragen soll man Betten mitnehmen? ne ne ok da guckst du gehst du in den zweiten Stock? also in den obersten ich hab ja noch einen Helm mach ich ja einen Mininghelm nein einen Footballhelm einen Mininghelm würd ich nehmen hab ich mir gedacht naja ist die Tür noch zu soll man zum Uffbasseln? oh einschlag das Ding ist aber sehr die Axt ist wirklich gefährlich oh ein Tresor 30 Sekunden nicht warten 30 Sekunden ok ich werd mal gucken dass hier was ist da bis dahin die untere Etage noch ich hab auch für Serendipity eine Person gefunden ja gerne ich hab auch für Serendipity kurz das hat sich eben angehört achso das wären die Pistole gefunden oh cool danke warte irgendwann auf ich seh die Anzeige nicht mehr aber es bewegt sich auch nicht warte jetzt mal da heißt es hier wenn ihr Glasscheiben findet dann bitte mitbringen ne also ich hab ne kaputten Shotgun einen Pistol Receiver einen 44 Magnum Zylinder in lila bring alles mit nehm ich mit kaputte Shotgun ist super er ist hier nicht außer ich hab hier irgendwas übersehen was mir jetzt hier mangels Licht schwer 17 Uhr man ey komm in Haus müssen wir noch machen hier ist nix mehr ja dann runter oder? ja dann unten dann draußen nehm wir das einfach das wird aber knapp beim zurückrennen nehmen wir direkt das nächste nehmen an ja warte ich hab nis zum aufmachen ich hab zum aufmachen ok Couch mitnehmen zum ähm verbrennen äh ja Couch nehm ich mit Couch ist eingepackt Leiche wird gelootet Blei kann ich hier lassen ok hier ist nix Zombies äh lassen sich noch Zeit ne ja 18 Uhr 15 ist es soweit hier ist n Klo das Klo nehmen wir nicht mit zweite Etage bin ich bist du oben ich seh überhaupt nix mehr ne oah das ist ein bisschen krass bei dir eingestellt muss ich ehrlich jetzt mal sagen weil was ist denn das hier? das ist direkt der Dachboden so ich mach noch hier nebendran auf und dann machen wir zurück machen wir auf Action Jackson leer leer geil hat sich nicht gelohnt was ok zurück jo äh Couch und alles mitgenommen Dings haben wir ok dann äh Heimat haben wir schon Türen drin in unserem Beton ne haben wir nicht Klotz könnte unterwegs solche machen ne kriegt nicht eigentlich bei die sind in der Kiste in welcher Kiste? in der die da oben steht? ja ok dann schaffen wir es noch dein DVD bist du oben? ne ich bin unten ok ok die Decke ist auch noch nicht zu gell? öh öh ich bin nicht mehr aufgetaucht ich rieche auch was hab ich denn dabei? irgendwas eingesammelt hier sind noch gar keine Frames und nix drin ah da da schafft man das noch Jacky? werden wir es schaffen? wir sind doch da ich bin da ja ok ok dann mach mal mach mal ich mach derweil drei Türen du machst äh du meinst die Dings hier Frames oder was? oder was? ne ne die wenn ein Ironbar umwandelst Forged Iron ja genau ich mach derweil drei Türen und dann werten wir das auf und die Decke pfff keine Ahnung scheiß drauf so hä ich dachte die hätten das gebackfixt mit den Türen NEIN ach doch sie steht richtig ich dachte sie ist jetzt falsch also ich dachte die hätten das gebackfixt ob ob klappt denn manchmal die Tür nicht? wahrscheinlich weil der ähm Block noch nicht ausgehärtet ist doch doch ist naja jetzt alles klar ja ok äh die Rebar Frames macht man mit Forged Iron nur? ne ich 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 mach die schon ich hab alles in der Tür ok hast du noch zum aufwerten die eine Tür? die eine Tür ist noch nicht wie? oder? ich glaube alle Türen hast du alle Türen aufgewertet? ja ja stimmt gut dann machen wir noch die Decke fertig oder? aber wir haben glaube ich keinen Baton mehr ja ich hab noch eine Pistole für dich ja doch da ist noch Travel und da ist noch Dings das können wir auch hier bleiben so löse so ich crafte grad noch Zement schön ähm kannst du noch die Decke machen oder hast du keine mehr? die Decke zu zu machen äh ich na ich muss ich könnte ich machen aber ich musste erst mal noch die Dinger bauen erst mal die Seiten zu machen okay alles klar was die Seiten zu machen die Gitter machst du doch gerade oder? ne ne ich mach ich mach ich muss ja erst mal ähm aus Forged Iron erstmal hunderttausend von diesen äh Dings machen Stäbchen machen Stäbchen hier noch wie macht man diese diese Rebar Frames die du zum Aufwerten mit dem Beton verwendest? äh aus Short Iron Pipe kannst du mir welche geben? kannst du mir Iron Bars geben? ich mach grad äh warte mal wir brauchen relativ viele warte kurz damit wir die Fenster zumindest zu die Iron Bars mach ich gerade ach so sie macht gerade dann gib mir mach die Decke zu ich mach halt die ja genau für die Decke mach ich die jetzt so Rebar Frames sehr gut wir reden irgendwie ein bisschen aneinander vorbei ein ganz kleines bisschen aber nicht ähm Rebar Frames hab ich noch zwei Stücke unten in der Kiste die kann ich mit hoch bringen jo tu es wir müssen ja nur die Decke zu bringen das war toll wir haben jetzt 1950 so können wir mal in die Hocke gehen Jackie Rebar Jackie die Hocke hüpf ich seh nischt guck nur so rüber gucken wisse ist da jemand? machst du die Decke zu dann kann ich mich den Beton da ein bau die doch erst das dauert eine gewisse Zeit lass mich doch auch machen dann ah alles klar wenn die jetzt einstürzen dann werden wir sterben lass mich erst mal beton reingießen ja ja und was ist mit den Gitter? die ist da am Start ich komme ja ich bin am Start genau die kann ich noch zu wählen machen und dann die in der Mitte da habe ich Angst also sobald ich zu euch in die Nähe komme dann wird es schwierig? ja dann dann ich glaube so viel Album was braucht man nicht wie viel kann mal bitte jemand zählen wie viel Album äh achso wie viel wir jetzt noch brauchen äh eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn fünfzehn okay ach hab ich schon ach den Ecken ist dumm in den Ecken hätten wir nein in den Ecken geht es nicht da musste ähm ne wir hätten da die river frames in die Ecke reinsetzen können meine ich oder? die kann man da auch schräg setzen mhm wir könnten uns ja hier ne ne Leiter nach oben was denn so guck mal und dann von innen ne Leiter hier ja aber jetzt ist doch Beton drin achso du meinst so und das würde da oben stimmt das würde warte mal an der Kiste machen wir vielleicht so doppelt zu soja cool nicht cool und die Kisten da drin lassen aber in die Kisten kann man keine Leiter setzen oder? du bist ich weiß es nicht könnte man jetzt mal ausprobieren oder so aufs Dach kommen meinst du? ähm kriegen wir so da kriegen wir so aus Richtung Nord Nordwesten verdammt Hunde ich seh Hunde nein doch die springen hier rein gell? oh Gott Jackie ich bin auch undetektet die rennt vorbei okay und duckt euch ja ja oh Gott ja 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 was ist jetzt mit Lada hier? machst du Lada? ich wollte mal eine machen ja um das mal zu probieren aber die kannst du nicht an die Woodframes dran setzen dann müsste ich die aufwerten er geht jetzt mir eher um die Kiste mhm dann probieren wir mal an die Kiste zu setzen jo geht dann ist perfekt dann werte ich jetzt die Woodframes hier auf so da bin ich hier sind die zwei Rebarframes ja hast du dann können wir die da oben noch reinsetzen Jackie ah ja oh Gott und die machen wir doppelspurig da oben rein jo gibt's keine Probleme richtig ich bin noch nicht sicher ob der Leitern an das Aushärten äh an den Aushärten im Beton setzen kann ne da kannst du nichts dran setzen würde ich jetzt ja ich würde doch aus Sicherheitsgründen nicht machen aber da kommt ja da kommt uns aber entgegen sieh an der wie du stehst noch oder ne der rennt vorbei ich 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 flitzer flitzer hahaha ein flitzer boah das ganze gecraftte von den ähm von den Rebarframes und so das hat richtig äh Punkte ihm Level 15 jetzt mhm das craft ok ich bin Level 8 bin ich ein ich was bin ich ein ich was bin ich ein ich was bin ich ein ich ich bin ich ein ich warte bin ich ich bin ich nicht ich ich bin Level 9 und Jackie ähm ja versuch mal ne Leiter dran zu setzen geht hüpf geht gell von dem Haus um drauf das ist schön kommt ihr Säcke Licht fehlt Licht fehlt ups ähm der ist alleine umgefallen äh der Schuss hat sich gelöst ähm mach ich hier ähm Dings Hedged Hedged rein oder wie sie heißen Hedged Dings zu klappen ähm pfff aber nach hinten weg ne mhm ich versuch die so zu setzen du machst bei mir machst du die ganze Zeit so äh schuss schuss bewegen licht äh schwierig wieso weil die keine Fackeln haben wieso wo brauchst du dein Licht hier leg wo ist hier ne 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 ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich alles gut äh leuchtet er mehr okay ähm wo sind denn die siehst du wo die Klappenöffnung ist ich seht nicht ich glaub die geht äh wenn du davor stehst davor stehst gell oder so das geht auch gut ja bada bada die Fackel jetzt erstellt ich glaub das ist die falsche Richtung ne naja na gut ja 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 das ist die falsche Richtung schlags raus bist du ganz kaputt mhm ja 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 okay mach nochmal Licht leuchte mal auf die Klappe ich seh nix mit der irgendwie das ist nicht scheiße ja kommst du nicht gerade runter verdammt ja geht geht muss ich noch eine machen nimm mal die Fackel runter bitte ich seh schon wieder nix warum wird das denn nicht ausgeleuchtet ich versteh das nicht hä ich kann die vor allem nicht da dran setzen gell ach hier ist die Leiter nicht dran meinst du deswegen ja die wird sie die Klappe will sich dann eins tiefer setzen äh warte kurz ich glaub doch die ist die die Klappe jetzt noch oben drauf sitzt oder so ich mach nochmal drei Leiter Leitern dauern voll lange ey komm muss man noch die Leiter hin dann kann ich sie setzen so so yay oh okay das ist halt cool dann können wir halt wenigstens äh auch zu zweit runter nicht die negativsten Sachen ja 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 kann doch dann hier mal so rüber schwipseln kannst du nicht okay na ist doch gut so so 424 bis jetzt haben wir ganz gut überlebt die Eckteile gefallen mir nicht aber vielleicht kann man die später noch dann aber wenn das alles raus ist werden sie auf den Reaper Frames müssen wir dann stehen Geil Nächste Ja das stimmt schon wir hätten 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 wir müssen eh das alles noch außenrum absichern aber ich wollt grad sagen später ist sowieso egal weil hier nämlich dann an der Wand kommt ja der Gang dann entlang dann ist es sowieso wurscht cool soll ich nochmal dumm mitmachen irgendwie am Ende der Folge Oh äh man kommt die Treppe gar nicht mehr runter Wie? Wo denn? Echt jetzt? Durch die Leiter? Doch jetzt geht's doch jetzt geht's irgendwie so eine Bewegung Gut da steht achso Oh ja das war jetzt wirklich dumm Was denn? Äh wir kriegen Besuch Echt? Das ist ja cool Im Ende der Folge dann bleibt's spannend bis zur nächsten Folge ne? Und? Kommen sie? Jo Dach Viele sind's jetzt nicht aber sind da Park doch mal gegen die Tür Ja super wir kommen jetzt nicht mal in die Tür wir müssen vom Dach aus Alles mit den Türen ist Ähm Bleiben sie mal stehen Wer rennt hat Unrecht Mann wie sie hier auch umherzucken Ja genau Hippi Mädel Geh auf Dach Ich treff mit der Pistole nicht Du treffst auch mit was anderem nicht Ich kann durch die Tür loot nicht Also das mit der mit den Treppen ist doof Wieso? Ja weil ich hier jetzt ähm die Decke wegschlagen muss Kannste nicht einfach die Treppe eins tiefer reinsetzen? Nee das ist das ist total blöd Gut Okay Okay Vergebnis auf dem Dach Ja Na gut Du hast angefangen Ich beende es Meine Damen und Herren es war mir ein Vergnügen euch diese Folge präsentieren zu dürfen Schwierig Ich hoffe euch hat es gefallen Mir hat es sehr gefallen Ich finde es gut dass wir jetzt hier was bauen was richtig großes eigenes und äh Deswegen sage ich herzlichen Dank an euch und äh Lasst uns einen Daumen hoch da Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau Tschüss Stopp du Sack Tschüss 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 Tschüss